Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Chemie Fan Radio seit 2016. 5EG FM live auf 1000 Mikes. Frauen Mikes. Ja, und wir sind hier in der Raumkapsel. Im Sportforum Eckersbach. Das ist der offizielle Name. Lange Wohlstand. Alter, Alter, Alter. Das ist ein Wohlstand. Du hast die Neustadt. Du hast die Neustadt. Einmal die Begegenheiten und einmal die Zustellungen. Und die Schöne über 3-4-Pan. Über die linke Seite. Da schaltet sich Flo Felge ganz weit mit nach vorne ein. Und Dani Heinze flankt von der linken Eckfahne. Aber flankt hinter das Tor. Wir kommen dann erstmal zurück nach Max Heise. Der guckt. Ja, jetzt muss man auch schon. Dani Heinze lässt hier seinen Lebenspieler aussteigen. Und marschiert durch die Mitte. Und passt steil auf Tönnig-Hinze an der Strafranggrenze. Ja, Flo Felge. Flo Felge im Sportraum. Und versucht richtig richtig. Abgefälscht. Nebenstor. Ecke. Ecke für Tönnig. Räumlich hin und da oben. Kriegen sie aber nicht. Wir gehen uns gerne durch die Mitte zunächst. Jetzt Steiner passt auf Tönnig. Der ist noch schnell. Der ist noch jung. Der erspritzt den Ball an der linken Eckfahne. Aber Gegenspieler hat er auch. Da muss er sich erstmal durchsetzen. Andi Müller kommt zur Höfe. Der hat den Ball. Der flankt nach innen. Aber da fehlen dann beide. Jetzt nochmal auf Dani Heinze abgelegt. Der hat einen guten Schuss hat 20 Meter. Und schießt er auch daneben. Zwei Meter daneben. Und der Land ist lieber wieder. Wieder auch lieber. Jetzt Zwickau greift ran. Ist an der Strafranggrenze. Schuss wird geploppt. Schuss wird geploppt. Die Ecke kommt relativ kurz. Auf den Hotline Max Heise. Aber der Kopf über das Tor. Der Stefan Schumann, der Spielertrainer. Mitte 11. Aber das wird nichts werden. So. Schuss kommt und geht. Das geht. Mal los. Wir sind jetzt schon am 21. und es steht noch ein zu Null. 1 zu 1 nach Ecken. 2 zu 0 nach Chancen. Wieder die Schemiger. Aber das ist nun auch schon. Tommi hierher. Ende mal wieder. Was Konstruktives nach vorne. Klo Felge. Sollte sehr stark. Auf der linken Seite. Mit Andi Müller. Der flankt nach vorne. Auf Tommi Kind. Tommi Kind kriegt den Ball in den Kopf. Tommi Kind macht seinen 24. Saisontreffer. In der 22. Minute. Der Mann mit der 21. Also ich mag doch nicht schwer. Heute wird zahlenvoll. 1 zu 0. Schöne Vorarbeit. Über die linke Seite. Erst Klo Felge. Und sich gerne die U-Basen. Und jetzt. Stefan Karau marschiert einfach mal. Dazwischen. Und das Angreifen der Zwickau. Auf den Zeiger geht. Tommi Kind über die rechte Seite. Flankt in die Mitte. Oh. Andi Müller rutscht in den Ball. Und zimmert ihn im Nachzweckall. Haarscharf. Riesentanz. In der 25. Minute. Da steht es 1 zu 0 zur Halbzeit. Für Schöne. Und der 22. Minute. Tommi Kind nach schöner Vorarbeit. Über die linke Seite. Und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. Aber erst mal ganz weit rechts raus. Flankt in die Mitte. Oh. Noch mal geteert. Max Heise zieht ab. Er ist 80 Meter. Ganz knapp links daneben. Die Schöne. Kommt hier mit Volldampf aus der Kabine. Und wollen ganz schnell das 2 zu 0 nachlegen. Kommt schon spielen. Trieb hier Anweisung von Hansi Weiß. Und die macht dem. Und wo es hingehen soll. Geht nach vorne auf Andi Müller. Der wieder mit einem, ja. Lippo. Und dann auf Luffelge. Und der auf Doppelkind. Und Tommi Kind. Ja. 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 Jawolli. 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 Tommi Kind. 25. Und läuft hier. Wie die Wettbewerbssau. Die Wettbewerbs. Und die ganze Mannschaft. Die letzten Jahr zum Prenkloch. 2 zu 0. Tommi Kind. Der ist anknüpft. Sofort in Hand. Und der macht das. Das ist so schön. Sondern das auf dem Land. Posten. Da ist der Kollege das Luppi-Spiel. Tommi. Der macht das Ding. Der will das Ding. Der hat wieder sein. Jetzt muss sein. Doppelpack. Doppelpack von Tommi Kind. So muss es sein. 2 zu 0. Steht jetzt nur. Tommi. Freistoß. Der Zwickauer kommt und zischt. Aber 5 Meter rechts neben. Die ganze Zeit war der Standkistel von Kassel. Also ich dachte, das war so bierig. Tommi Schmidt marschiert durch die Mitte. Und wird gelegt. Na ja. Falsch befreit. Tommi Schmidt marschiert durch die Mitte. Aber es wird nicht schön in die Mitte. Aber da wird der Ball wird abgefälscht. Und das hat in dieser Saison. Und jetzt aufpassen. Da gibt es einen Zusammenstoß. Der Zwickauer an der chemischen Torfraunkbrenze. Beide bleiben liegen. Der Schiedsrichter sind schuldig. Tour ab. Probi steht bereit. Der Schiedsrichter ist frei. Der Schiedsrichter ist frei. Und die Säme da feiern! Und die Säme da feiern! Und die Säme da feiern! Die Feier und Bumpe kommt auch wahrscheinlich. Auf der Zeit kommt sie hin zu wo, in Wieser. Und vielleicht können sie da auch kommen. Ja, Wieser Markus stellt auch mal ein. Herr Wieser Markus, die geht für den Ball. Hau zu zweimal, gegen zwei Mann im Strafraum. Kommt zu feiern, aber wird nicht gefiffen. Und verliert er den Ball. Er kann sich nicht behaupten. Und dann wieder aufpassen, dass wir hier kein Konter fahren. Fahrau gegen Strobel! Und Fahrau für uns. Aber quasi gerade noch eine Chance für die Chemiker. Und dann schon sind die Zwickauer wieder im chemischen Strafraum. Max Germann hat schon wieder gelauert. Andi Müller lässt sich weit mit zurückfahren. Andi Müller mit im eigenen Strafraum. Also hat jetzt erkannt, er muss hier die Abwehr mit stabilisieren. Und jetzt werden die Chemiker angreifen. Und der Manuel Weich, der hat sich weit mit der Formulärs verschaltet. Auf der rechten Seite. Auf der rechten Seite. Wollt er wieder krass sein. Er steht schon fast irgendwo. Er steht schon fast irgendwo. Es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Er macht einen Rechten. Er macht einen Rechten. Er hat sich schon jetzt die riesige Schauschen abgesehen. Er hat sich schon jetzt die Schauschen abgesehen. Er hat sich schon noch nicht. Und den zweiten Ball. Den kann Daniel Heinze nicht sichern. Er hat die Zwickauer zum Klick. Aber jetzt in der Neuigkeiten. Auf das Spiel. Winsel Markus auch noch den Ball auf der linken Seite. Er ist nicht los. Er ist nicht los. Aber der muss jetzt auf die Seite. Andi will auch mal schier dich nicht rausfragen. Andi will auch mal schier dich nicht rausfragen. Ja! 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 Peter Demut hat richtig gewechselt. Er bringt den Marcus. Er hat dann heute nicht ganz so glücklich. Magus noch nicht. Aber der heute manchmal auch ein bisschen unglücklich gestört hat. Wir sind nach Fünn gespielt, über Nikola Sturz, über die rechte Frage, und Müller geht ins Zentrum. Wir sind nach Fünn, 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 wir sind nach Fünn. Wir sind nach Fünn! Wir sind nach Fünn, wir sind nach Fünn! Wir sind nach Fünn, wir sind nach Fünn, wir sind nach Fünn! 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 Wir sind nach Fünn! Wir sind nach Fünn, wir sind nach Fünn! 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 Hey, Schule! Steh die Leute, Schule! Ohr, Bruce, duovan! Spitzkreid, Spitzkreid, Spitzkreid! Wir sind deutscher, wir sind deutscher, geiler, wagen uns scheißegal. Wir sind deutscher, wollen wir spielen, auch mal älter, national. Rauschen Träner, schon Faschisten, Spieler kommen, Spieler gehen. Auf das Heitler sind wir deutscher, die sind frei zur Mannschaft stehen. Und so ziehen wir gemeinsam in die weite Welt hinaus. Rauschen Träner, schon Faschisten, singen wir auswärts wie zuhause. Applaus Rauschen Träner, schon Faschisten, Spieler kommen, Spieler kommen, Schönen, 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 Schönen. Aller! 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 Aller!